Es gibt wieder Zinsen an den Kapitalmärkten. Für viele Anleger stellt sich die Frage, wie sie Rentenfonds in die Vermögenstruktur integrieren, wie die Kennzahlen, Verfügbarkeit, Rendite und Risiko abgebildet werden können und welche Möglichkeiten es gibt, sich einen Überblick zu verschaffen, bevor man die entsprechenden Transaktionen umsetzt. Also, Sie sehen schon, es geht darum, beispielhafte Rentenfondsstrategie, wie sieht die Vermögensperspektive aus, was sind relevante Kennzahlen und wir wollen uns das anschauen. Zunächst nochmal der Blick auf die Märkte und die Darstellung der absoluten neuen Zinswelt, die wir gesehen haben. Sie können das schon hier nachvollziehen. Investmentgrade Anleihen, also Anleihen mit gutem Bonitätsrating 0,51% vor einem Jahr. Heute gibt es über 4% Hochzinsanleihen, 2,91%, mittlerweile 9%. Also, am Zinsmarkt, sei es bei Staatsanleihen, sei es bei Unternehmensanleihen, da hat sich viel getan und daher schauen wir uns das Thema nun im Detail an. Zunächst hier eine beispielhafte Struktur. Sie können nachvollziehen, ich habe ein simples Portfolio gewählt, Geldmarktfonds, also kurze Laufzeit, sehr hohe Bonität, Rentenfonds, Kurzläufer, kurze Laufzeit, auch hohe Bonität, dann eine Kombination aus guter Bonität und mittlerer Laufzeit und dann noch ein Rentenfonds aus dem Segment Hochzinsanleihen, bei dem wir ungefähr 70% auch als Risikobudget in die Aktienquote einkalkulieren müssen. Sie sehen, 100.000 Euro als Basis, ob Sie da jetzt eine Null wegnehmen oder zwei Nullen dazu addieren, die Grundüberlegungen sind erstmal die gleiche. Wenn wir uns das Ganze grafisch anschauen, dann ist der Mehrwert gering. Warum? Naja, gut, wir haben vier verschiedene Wertpapiere, also eine Gleichverteilung, das erhält uns an dieser Stelle nicht wirklich. Und da schauen wir nochmal genauer hin auf die Vermögensklassenübersicht und da sehen wir auch klar, wir betrachten jetzt hier isoliert nur ein Rentenportfolio, also Aktien, Rohstoffe, Immobilien und Co. sind außen vor. Das heißt typischerweise schauen wir uns erst die Rentenstruktur an in der Finanzplanung und integrieren diese dann in die Gesamtvermögenstruktur mit Immobilien, Aktien und was sie eben sonst in ihrer Vermögensbilanz so haben. Auch Oldtimer und ähnliches oder Gold können natürlich eine Rolle spielen. Also immer die gleiche Logik, was die Betrachtungsweise angeht und je nachdem, ob wir einzelne Vermögensklassen oder die Vermögensstruktur insgesamt betrachten, haben wir dann eben mehr oder weniger Input respektive auch Ergebnis, was wir berücksichtigen können. Also jetzt hier nochmal dann drauf geblickt auf unsere vier Rentenfonds und da sehen Sie auch schon klar, das sind alles sortenreine Rentenfonds. Also hier 100% sind in den Anleihen drin, bisschen Cash ist typischerweise immer mit drin, so als Schmutzquote, aber Immobilien, Rohstoffe, Unternehmensanteil und auch die Aktien, die fehlen hier natürlich komplett. Aber ich habe es eben schon angesprochen, die nominelle Verteilung auf die Unternehmensanleihen aus dem Hochzinsbereich. Hier würde man aus der Risikobrille eher sagen, naja, 25.000 Euro in Hochzinsanleihen sind wie 70% von 25.000 in Aktien. Also hier sehen Sie schon, dass man bei Anleihen, je nachdem wie die Laufzeiten, aber besonders die Bonitäten strukturiert sind, muss man Anleihrisiken anteilig mit in die Aktienquote rechnen und von daher auch hier der Hinweis, ich habe jetzt bewusst die Hochzinsanleihen integriert als Teilsubstitut zum Beispiel für die Aktienquote. Wenn wir uns das dann bei den Kennzahlen anschauen, dann sehen wir das gut dargestellt. Hier haben wir auch einen großen Mehrwert, weil da sehen wir schon am Ende des Tages, wenn wir uns die Rendite betrachten und wir sind gezwungen, entsprechend auch Kennzahlen für die Attraktivität zu vergeben, dann sehen Sie eben, dass wir eine Erwartung haben, die zum Beispiel sehr hochrentabel ist bei den Unternehmensanleihen, oberhalb von 7%, weil das ist das, was Sie eben auf der Index-Ebene gesehen haben. Die liegen hier irgendwo zwischen 8 und 9% in manchen Segmenten ohne Ratings, teilweise bei 13%. Dann haben wir eine mittlere Renditeerwartung zwischen 3 bis 5%, das ist unser klassischer Rentenfonds mit Investment-Grade-Rating und dann bei der geringen Rendite, also 1 bis 3%, vor 6 Monaten wäre das ja noch hoch gewesen, also da sehen Sie ja, wie stark sich die Realität verändert hat. Da sehen wir eben die 50%, die resultieren aus dem Geldmarktfonds mit Staatsanleihen und den sehr kurzlaufenden Unternehmensanleihen, da haben wir die Rendite zwischen 1 und 3%. Also wir sehen schon hier, wir haben hier eine sehr schöne Verteilung über die verschiedenen Renditen. Im nächsten Schritt wollen wir natürlich wissen, was heißt das eigentlich an Risiko? Also Risiko hier dargestellt an Schwankungsbreite, weil wir das Verlustrisiko, also sprich das Ausfallrisiko einzelner Unternehmen, einzelner Staaten, das sogenannte Adressausfallrisiko, diversifizieren über viele hunderte von Emittenten in diesem konkreten Beispiel. Also auch hier sehen wir eine Verteilung, sehr sicher, also Schwankung quasi fast 0, das sind die kurzlaufenden Staatsanleihen, der Geldmarktfonds, da passiert kaum was, weder positiv noch negativ, dann sicher, Schwankung unter 5%, das ist der kurzlaufende Rentenfonds mit Unternehmensanleihen und dann sehen Sie eben hier die mittlere Struktur, das ist der klassische Rentenfonds mit mittlerer Laufzeit und guter Bonität und dann sehen wir die Hochzinsanleihen, die Kehrseite eben der 7 bis 9% Renditeerwartung ist natürlich auch eine höhere Schwankungsbreite. Ob die heute immer noch über 20% liegt, nachdem der Markt ja schon zweistellig korrigiert hat, das ist natürlich schwer einzuschätzen, aber es geht ja auch hier darum, sich klar zu machen, dass höhere Renditeerwartungen natürlich auch gewisse Ausfallwahrscheinlichkeiten nach sich ziehen, diese Ausfallwahrscheinlichkeiten führen entsprechend zu einer größeren Schwankungsbreite, von daher glaube ich, die defensive Perspektive, die macht hier Sinn und wenn wir das Ganze dann noch mal auf die Verfügbarkeitsthematik betrachten oder übertragen, dann sehen wir auch hier klar, unser Geldmarktfonds, der ist sofort verfügbar, weil er hat minimale Schwankungen. Schnell verfügbar ist dieser Ultra-Short-Unternehmensanleihenfonds, auch hier in einem Jahr wie diesem, wo es ja an den Anleihenmarkten richtig gekracht hat, hat der glaube ich einen Prozent verloren, also da sieht man auch, wie die Einordnung vorzunehmen ist. Und dann natürlich wieder unsere Unternehmensanleihen ohne Investmentgrade, die sogenannten Hochzinsanleihen und da sehen Sie schon sehr gut, die technische Verfügbarkeit, da wir hier nur über ETFs reden, die ist sehr hoch, weil Sie können jeden ETF-Börsen täglich verkaufen, aber wir strukturieren es immer so, dass wir sagen, je höher die erwartete Schwankungsbreite, desto mehr differenzieren wir zwischen technischer Verfügbarkeit, also auf Knopfdruck, und der Verfügbarkeit zu einem angemessenen Preis. Und da sehen Sie eben, wenn Sie das strukturiert und sinnvoll machen, jetzt nicht nur für die Anleihen, sondern für alle Vermögenswerte, wie Aktien und ähnliches, auch Aktien würde man ja beispielsweise technisch verfügbar jeden Tag betrachten, aber zu einem angemessenen Preis eher drei Jahre aufwärts. Und wenn man diese Betrachtung vornimmt und so seine Vermögensstruktur betrachtet, mit den entsprechenden Schubladen, dann gewinnt man natürlich auch die Ruhe, um extreme Phasen an den Kapitalmärkten, die eher die Regel als die Ausnahme sind, auch entsprechend auszuhalten, nicht in Druck zu kommen, weil sichergestellt ist, dass die eigene Erwartungshaltung bezüglich der Verfügbarkeit zu einem angemessenen Preis nie enttäuscht wird. Enttäuscht wird man immer nur, wenn man glaubt, etwas ist täglich liquide und man bekommt immer einen angemessenen Preis, das ist aber natürlich nicht so. Und dann sehen Sie schon, wenn wir das Ganze zusammenfügen in der kombinierten Kennzahlenanalyse, dann sehen wir insgesamt, wir haben eine entsprechende Verteilung, wir sehen, wir haben hier die verschiedenen Schwankungskategorien abgebildet, wir haben dementsprechend noch verschiedene Rendite, Erwartungen und die Verfügbarkeit, auch das sehen Sie hier abgebildet. Dann kann man natürlich sagen, okay, eigentlich sofort verfügbar brauche ich 25.000 Euro, da kann ich einen Haken dran machen, auf Sicht von einem Jahr brauche ich vielleicht maximal 50.000 Euro, das habe ich auch abgebildet und hier drunten, da gehen wir dann schon eher in die klassische Kapitalanlage, respektive in den Bereich, wo man sagt, okay, da setzen wir die Hochzinsanleihen, vielleicht einen Teil der Aktienquote und wenn wir das Ganze dann wieder insgesamt übertragen, dann würden wir eben das, was wir eben getan haben, nicht nur für die Anleihequote isoliert betrachten, sondern natürlich auch für die Gesamtvermögenstruktur inklusive Aktien, Immobilien, Rohstoff und Edelmetalle und dann kann man immer sehr gut abgleichen, sind meine Präferenzen, was Schwankungsbreite angeht, meine Präferenzen hinsichtlich Liquidität sind die angemessen, weil eins ist natürlich auch klar, wir haben wieder Zinsen, wir haben wieder Opportunitätskosten, wenn wir lange Cash halten, noch dazu ist Inflation ein Thema, die Inflation soll ja durch die straffere Geldpolitik abgebremst werden und daher macht es natürlich auch Sinn, diese höheren Zinsen zu nutzen, um meinen Verlust aus der Inflation etwas zu kompensieren. Ob man mit Anleihen auf Sicht von drei Jahren die Inflation schlagen wird, das wird man sich anschauen müssen, von daher auch die Anleihen werden nicht alleine ausreichen, um den Kaufkraft da halt darzustellen, aber das ist eine schöne Basis, um einen höheren laufenden Ertrag zu generieren und natürlich auch im Vergleich zum Konto, wo sie vielleicht 0, vielleicht 0,5% aktuell haben, eine höhere Rendite zu generieren, aber Sie haben es schon gesehen, Anleihen sind sehr heterogen, von sehr kurzlaufenden Staatsanleihen zu länger laufenden Unternehmensanleihen, ohne Investment-Grade-Rating ist alles dabei und es gilt eben auch hier eine vernünftige Mischung zu fahren, man könnte beispielsweise anfangen in einem Modell, wie ich es eben dargestellt habe, eine Gleichverteilung und dann versuchen in den nächsten Monaten, wo wir wahrscheinlich immer noch Unsicherheiten haben, schrittweise aus dem defensiveren Teil der Anleihstruktur immer mehr etwas Richtung etwas schwächere Bonität, ein bisschen mehr Laufzeiten zu gehen, also vielleicht irgendwann gar keinen Geldmarktfonds mehr zu haben, sondern alles in einem Anleihportfolio mit einer Restlaufzeit vielleicht zwischen drei und fünf Jahren und vielleicht die Hochzinsanleihen als vernünftige Ergänzung zu dem, was Sie im Aktienportfolio ohnehin abbilden. Also, so kann die Vorgehensweise sein und ich denke, die Fragestellung ist aktueller denn je, die Inflation ist hoch, die Zinsen sind gestiegen und jetzt gilt es als Anleger, sich eben auch hier entsprechend zu positionieren, wohl wissend, dass wir noch viel Unsicherheit haben bei den Zinsen, bei den Notenbanken, bei den Konjunkturentwicklungen, bei der Inflation, aber wenn wir diese Unsicherheit nicht hätten, dann gibt es auch keine 9% bei Hochzinsanleihen und dann gibt es auch keine 4% bei Unternehmensanleihen bester Bonität, dann gibt es auch keine 2,5% für die sehr kurzen Laufzeiten. Also die Unsicherheit reflektiert sich in den höheren Renditen und von daher gilt es nun abhängig der individuellen Präferenzen ein Anleihportfolio zu haben bezüglich Bonitäten und Restlaufzeit, was den persönlichen Präferenzen entspricht, aber natürlich gilt es auch immer zu berücksichtigen, welche Rolle haben die Anleihen im Portfolio, ist es eher so ein Glättungsmechanismus, dann bleibe ich bei sehr kurzlaufenden Staatsanleihen, sehr kurzlaufenden Unternehmensanleihen oder ist es wirklich eine eigene Renditequelle, weil vielleicht die Anleihen eher 80% meiner Vermögenstruktur ausmachen und nur 10, 20%, also der Rest verzeiht sich auf Aktien und Edelmetalle. Also sehr individuell, aber die eben vorgestellte Methodik können Sie immer durchdenken, egal wie Sie es inhaltlich von den Charakteristika ausrichten und unabhängig davon, wie Ihre gesamte Vermögenstruktur sich darstellt. In diesem Sinne, ich hoffe, dass für Sie einige Anregungen dabei waren. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.